Was ist denn da jetzt, irgendwas hier da spielen? Protessoren, zwei Logik und... Ich kann das sagen. Zwei Crackulation, ein Logik. Zwei Crackulation. Das brauchst du für Agar.io. Oder Agar.io, wo das ausgesprochen wird. Ne, für Agar.io brauchst du das. So wie ich Minecraft kenne, wird es auch auf dem PC lecken. Also bei mir lebt es nicht. Bei 90 Grad mit rund 50 FPS. Aber ich habe auch keinen Optifangard drin. Ah, die Positionen sind wohl noch nicht fertig. Ja, Mann. Äh, eigentlich doch. Ich hab lustig schon eine Crafting Unit. Ach so. Oder nicht? Ne. Ne. Und 50 Grad? Ah ne, weil der die 460 Karada-Karten war. So. Oh. Noch dabei, oder? Ja. Also Pilitzka ist noch nicht fertig. Oh, okay. Ist das raus? Ich muss jetzt sind 40. Ich dachte, es ist das raus. Doch. Doch. Warum haben wir eigentlich nur noch einen Schüssel? Wir hatten doch mal zwei, oder? Ähm. Doch, einer ist doch nicht mehr im E-System. Was hat der da so suchen? Weiß nicht. Eigentlich nix. Wir brauchen halt so lange, um die Dings zu machen. Um die Festplatten-Dings daher zu machen. Ja. Dauert es halt. Äh. Weit schon. Ihr könnt ja... Ihr könnt ja gleich... Wie heißen die Dinger? Ihr könnt ja gleich... 16.384 K Storch sicherer machen. Hä? Wir haben schon 64 K. Aber auch hier. Hast du gehört? 16.384 K. Ja, die sind für Fluid. Ja. Ne, ganz normale. Nein, die gibt's nicht. Ja, das sind solche richtig fetten, ne? Ja, die passen... Da passen... Eine Million... Ne, warte. 16.777.216 Items drauf. Warte. Äh? Du meinst die von Extra... Extra... Extra Sales 2, ne? Ja? Ja, aber ich glaub, die können wir noch nicht craften. Hehehehe. Doch. Doch! Ja? Ja. Da macht er die 64 K. Da macht er den Logic Prozessor noch. Die können wir knacken. Aber ich glaub, das... das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Nee. Reit auf 64 K, hallo. 64 K recht locker, ja. Ist so. Du musst ja dann übertreiben hier. Ja, finde ich auch. Das war ja auch nur ein Witz, Tommy. Ja, ja. Er meinte tot ernst. Ich hab ein Single Player Ding gehabt, ich hab... Naja, egal. Ja, aber ein Single Player ist das aber auch egal, ne? Nein, da muss man auch vernünftig gehen. Nein, fühl mich nicht. In Single Player siehts keiner, da kann ich machen, weil sie viel. Und da hab ich auch nicht, nicht, nicht das Bedürfnis ohne ME System am Anfang zu spielen, weil... Guck mal, guck mal in die Kiste hier. Guck mal in die Kiste hier. Guck mal in die Kiste hier. Ja, ich hab schon gesehen. Nicht du. Wo bist du denn gelandet? Ne. Da oben. Jan, wo bist du? Jan, wo bist du? Ja, hier. Guck mal in die Kiste. Guck mal in die Kiste. Achso. Wenn du runterkommst, komm mal in die Eisenkiste. Gleich. Da ist es ja. Warte. Warte. Und ich vergesse nicht mal weh aufzuschalten. Weh, du darfst den nicht mehr anmachen, weil der hängt diese ganze Produktion, weil du den anmachst. Oh, ja, 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 ja. Warum? Unser Tank ist bald sehr. So, deswegen. Ja, soll das mal langsam... Obwohl, du kannst ja auch einen neuen Ender Tank machen. Stimmt. Warte mal, mach ich einfach mal eben Ender Tank. Was kostet ihr denn? Ja. Kann ich aber craften. Ja. Kurzer Versuch. Wir haben einfach alles. Keine Ahnung. Wir haben einfach alles. Wir haben einfach alles. Wir haben sogar ein Dings da. Ein Kessel. Ja. Ja, er wird gefüllt. Obwohl der... Obwohl das Ding labert. Der Generator. War nicht sehr schnell, aber er wird gefüllt. Hä? Ja. Ach, da ist das gelandet. Okay. Das ist übertriebenlich. Wir haben keinen Lava mehr, die nicht ausgepumpt ist. Macht ja nicht Sinn, dass ich das nicht neu generiere. Ja, das nicht. Wir können doch später eine Lava-Welt machen. Ja, stimmt. Das kostet nicht viel. Kann ja auch ein Müßkopf machen. Das schaffe ich. Ja, mach. Habt ihr jetzt schon? Ne. Ich brauch die Seiten dafür. Ja. Ja. Du brauchst die Hälfte für Süße. Ja, das ist ja selbe. Ja. Wir haben die ganzen Lava-Welt stehen. Das verfall ich gerade noch ein bisschen um. Oh. Nehmen wir Platz weg. Oh, wie er einfach hier nur am quälften und quälften und quälften ist. Ja, ich hab heute noch ganz wieder gar nichts anderes gemacht. Ja. 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 Ja, na ja, ja weil es glaube ich cosa, TV ist. weil ich kriege ich sie mir zu 1.3 Walissa erst otras integrierten die writes 100 was gibt es für eine gute Rüstung der Bewerblichst da waren die Plox und dem Volk und das ist hier die Rüstung ich bin nicht drei Daten von ihrem Jahr erklärt ein Zeichen Elisabeth allgemein Säge Plätschicht Schleswig um die ist die in die Kirche nicht und darauf liegen können oder noch und die Ewingen die sie die Lieferung ich werde dafür dass sie endlich zu machen sie sind im Bereich und sie das machen in jüngst ich glaube ich bin ich hatte ich mag die aus den ender hier guck dir es mal an ja die dark solarium da ne ja aber die flux sind auch nicht schlecht die flux infused dinger ne flux infused guck mal was die kosten ganz schön diamanten mit hat auch die namen schicksal die brauchen ein paar Millionen ist jetzt alles fertig ich mache mir echt die fluxfrist ist kein so teuer was wollte ich denn jetzt aus dem 64k aus dem machen wir die Hustung wollen die klopfen die klopfen du siehst du also ist der mal das 64k in den jo so was wollte ich denn das 1k in den 4k wird das hier in 60k in den jetzt hast du das nicht doch nicht jetzt ist das 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 wird macht das denn das das er macht über ich ich nicht da sind schnell oder keine Ahnung wir machen gar nix das ist reingepackt und in den langsamen Pulverizer reingepackt den es gibt ja klar wir müssen auch ganz krass machen so was ich habe ich habe ich kann das ja machen ich habe ja resonant schon ausgewählt ich bin ich bin ich bin dann ein klopfen so gott wo man noch nicht so weit nach in der Nähe wo man resonanten das dagegen Ich hab was dagegen, dass ihr den Raum zu voll habt. Könnt ihr den Raum nicht mal bitte ausbauen? Ja, ja, machen wir morgen. Machen wir morgen. Morgen sagt er, mach mal nächste Woche. Ja, genau. Ich und ihr machen ja wohl am meisten an der Technik und allem, ne? Ja, dann müsst ihr aber auch den Raum haben, sonst passt das ja nicht mehr ein. Das ist ja das Problem. Alle, die man niemand so will. Also, weiß nicht. Dass der hier unterschiedliche Holzsachen nimmt. Was meinst du mich jetzt? Ja, deine Wände hier angucken. Sicher, ich sehe ja, dass es unterschiedliche Holzreihenfolgen sind. Wo sind das unterschiedliche Holzreihenfolgen? Ja, ja. Alles schon. Hier zum Beispiel, wo du jetzt im Elevator gehst, da sind das Links... ... solche Linksdinge und an der Tür sind dann so Hochdinge. Ach so, ja, das ist aus Versehen. Das kann ich ja noch ändern. So, willst du jetzt mal sehen, wie Silikon getraftet ist hier, Tommy? Ne, will ich nicht mehr sehen. Ne, will ich nicht mehr sehen. So, ne, ich hab da jetzt... Nicht? Okay, dann mach das jetzt selbst. So, Silikon. Möchte jetzt gerne 200, ne, 100 weiten. Und craften. Ja. Ja. Wie das abgeht! Guck dir meinen CPU an, ne? Guck mal hier, guck mal hier in den Pulverizer, guck mal hier in den Pulverizer. Ja. Hier in dem. Ja, ich sehe das schon. Das Ding kann ich mal abpumpen, so schnell einfach. Ja, er zählt hier schon lange runter, so tut 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 tut. Jetzt musst du natürlich die Dinger da hinten, denn im Upgrade hinten sind natürlich auch. Ne, passt doch so. Du musst auf die Geschwindigkeit gucken, wie schnell der das abpumpft. Einfach die Impfurze. Eigentlich sind wir den nur noch mit Upgrade jetzt quasi. Ne, weil wir alles auf Basic haben, so. Wie viel Silikon habe ich jetzt? Genug. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir. 64k Dinger. Wie viele sollen wir machen? Zehn Stück? Ne, wie viel sollen wir machen? Fünf? Oh, wir können sogar fünf machen. Sollen wir mal machen? Machen wir mal schauen, wie es aussieht in den CPU. Er startet. Der macht den CPU. Oh, der CPU wie der aussieht. Die 64k weh. Und die anderen sind alle leer. Der macht aber alles gleichzeitig, ne? Ja. Ja. Das wird ja k*** sein. Der macht ja, ey. Der macht echt, duh. Ja wegen dem Crafty-Coal-Prozess. Ja. Guck mal hier bei den nowösen. Guck mal, wie das bei den Stars Dip'ern aussieht. Hier geht aber alles auf. Krass! Ey da ist hier der 64k hat dich auf jeden fall gelohnt. Nein, du sind 3 Diamanten was denn? Ah, direkt, 好 enhanced. W Boden liegen zum mega viele Diamanten. 8 8 Stück 8 Stück 2 2 Oh Mann ey Stell dir mal wieder bisschen Diamanten her, was brauchst du denn dafür? Ich brauch erstmal Kohle Dann mach das doch, so kein Ding, dann haben wir ja bisschen Diamanten, mach das doch gleich in Massen Ja, geht nicht, weil das Ding nicht so viel auftaucht, und wieso krieg ich hier Schaden, was ich am Anfang an würde Verdammt Ihr habt nicht auf eure Hungeranzeige achtet, ne? Schon Wir haben zu tun hier die ganze Zeit an Ja, ist so Wir sind harte Menschen Wir verzichten auf alles Die Aufsiedialki ist das immer noch nicht voll Oh Mann ey Wir werden wieder bisschen Enderperlen Ja Was Achso Diamanten sollte ich jetzt herstellen Dann müssten wir eigentlich die Sachen hier abreden, denn noch los Generator Den Kompressor Voll der Hammer Ja, so ist mein Hammer Du kannst es nämlich auch in Tingers Kontakte aneignen, deine Sachen eigen benennen Ey, weißt du was? Der macht einfach 400 von den Seeds und verarbeitet die Ja Weißt wie viele gerade in dem Wasser drin ist Guck mal den Dropper, guck mal den, guck mal den Dropper Guck in den Dropper bitte, bitte. Guck in den Dropper, komm, guck. Guck da mal rein. Cool, das bräuchte ich. Guck da schnell rein, guck da schnell rein. Guck mal in den Dropper rein, guck mal in den Dropper rein. Wo steht er denn? Da steht er. Halt in den Dropper rechts. Was, wo? Kranker Scheiß, ey, der Dropper muss schneller werden. Hast du mal einen nicht aus? Äh, ja. Gut. Weil wir craften uns das ganz großes. Du darfst jetzt nicht mit Magneten kommen, sonst das ganze System versaut. Ah, der braucht jetzt mehr Mookler-Dinger eigentlich. Welcome back, Nervan. Ah, den müsst ihr noch upgraden, den Mookler-Assembler. Den kann man nicht upgraden. Doch, der hat doch an der Seite was. Ja. Der Craft wird aber schnell genug. Danke, Arja, der muss nicht schneller gehen. Der Reakt ist super fertig. Da muss man auch schneller gehen, wir müssen es übertreiben, weißt du doch. Wir müssen noch mehrere davon machen, dass wir gleichzeitig craften können einfach. Äh, Flint wollte ich jetzt. Wenn wir eins in den E-Raum machen, ne? Sehr gut. Ja.